Guten Tag. Guten Tag. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Rodriguez Pazanatas von der Agentur Senora Park. Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Das ist das erste Mal. Der Vogel fängt den Worn. Ach, erst einmal vielleicht die Stimmung und Auflockerung. Rodriguez, immer Sekt dabei. So. Ich sehe gerade die Atmosphäre. Für mich ist das so prickernd. Das braucht kein Sekt. Jetzt aufs Glas her. Kann man wieder einpacken. Brauche nicht nachher spülen. Wir gehen erst einmal zu der Sack jetzt über. Ich muss mir ein paar Schuhzahnschuhe anzahlen. Aber Kuss ist nichts. So. Mach es sofort. Sofort, bitte. Ich habe jetzt Laune. Der frühe Vogel fängt den. Ja. Der frühe Vogel fängt den. So. Hier. Gucken. Kacken. Packen. Picken. Gucken. Kacken. Picken. Picken. Packen. Gucken. Kacken. Nevoin. 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 Kacken. Kacken.